Er ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Borddorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das war ein Befehl, das war ein Befehl, das war ein Befehl! Oh, meint euch das einfach Geld rum? Der Militär hat mit Belogen! Wer hat mit Belogen? Sogar dir was ist! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederprestiger, treulöser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbinden... Nichts als Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch kein Schmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehren! Die Generalität ist doch kein Schmeiß des deutschen Volkes!